Warte mal, ich will ihn ausbaiten. Warte, nicht finishen irgendwas. V-Mann. Warte. Warte. Nein, Mann! Du bist ein V-Mann. Ist die Falle von dir? Ja, sie ist von dir. Hallo! Was kannst du eigentlich? Zu spät. Hättest er sagen müssen. Das ist wirklich ein DG. Ey, der Busch ist hier im Boden. Why you bullying me? Why you bullying me? Der mich angeguckt hat. Ey, guck mal, Jonas. Bau mal hoch an, ich hab keine Mets mehr. Wo hoch bist du? Hier dann? Ja. Ja. Na, Jonas, warte, warte, warte. Doch, das... Ich brauch Rocket Moon. Ja, wer war das? Leben! Genommen! Geil! Der Plan funktioniert, Leute! Jo, warte! Wieso? 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 Ahne gerade noch so, ahne jetzt so. Aha! Da ist kein Wölf, das ist dann, dann kriege ich das ja rüber, die Leute. Auch weil ich nicht Wuppmannführer bin. Da ist echt kein Wölf mehr. Da ist echt kein Wölf mehr. Da ist echt kein Wölf mehr. Da ist ein Wölf. Ahne? Ja. Danke. Ah, Natawar, hast du das gemacht? Nein. Lalalalalala. Ja. Ja. Ahne. Ja, ja, wir sind ein paar 31er. Na ja, wie meinst du? Als wenn ich das nicht gehört hab. Hä? Hä? Hä, wenn ich die Spitzhack hat? Ja, so die normale. Warte. Warte, einen Respected. Näh. Warte, ich mach den jetzt auch. Warte. Ja, und jetzt bin ich mal so. Warte, wenn ich die Spitzhack habe. Aber es ist nicht mehr. Okay, gut. Brr